YouTube Geplant 21.13 Uhr Ja jetzt doch Hallo Let's go Leute Keiner am Start ey Guck bei mir rechts Seh ich einfach den Chat Nein Echt Zwei gucken zu Aber ich bin ich gar nicht Es wird nur einer zu Wart man dich nicht Ey man muss dich eigentlich hören He's streaming Stream Ich habe in Donation reinkommen Ey ich hasse es meine Stimme zu hören Ich bin gerade hier Menü Ich muss gar nichts machen Ich bin gerade hier Menü Ich muss gerne das machen Ich bin eben Ich bin glänz Man kann ja Es war Ich bin glänz Doch ich da kann ich einen Eindruck Hallo? Hahaha Hallo? Hahaha Aber mein Hut ist echt nicht Ja Also noch keiner kommentiert Naja Zwei Zuschauer Ja Ja Morgen kommt FIFA Live FIFA, ja Mittendig Anspurt Ja 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 Hahaha 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 Der Gegner mitgekommen Auf ihn Ja 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 Vor mir Ich hab zwei Vor mir Ja Fuck Ja Tot Tot Ja Was machen Der ist ja los Hahaha Ich werd gefinished Alter Was ist das denn? Zwei Zwei Zuschauer nur noch Wer ist das denn? Schreib mal rein wer am Start ist Zwei Un Zwei J 4 Das war's. Hab ich ja gerade YouTube-Karriere gehört. Echt? Ja, komm. Warte. Ja, komm mal. Wo denn? Ja, komm mal. Oh, ein Zuschauer nur noch. Wer ist weggegangen. Ja, ja. Nein, Digga. Ja, das war feindlich. Ich will aber nicht wo sein kann. Ich muss erstmal hinbekommen, dass man nicht aufhören kann. Voll shit. Ich hab die Kämte da oben. Was? Ja, du musst direkt hier 5 Likes. 10 Likes muss hier geduldet werden. Ja, das ist normal so gut. Mach mal Spielchat. Vielleicht hört man nicht an. Hallo? 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 Ja, man hört nicht. Ja, du hast nicht Streamer. Sonst gibt's Copyright. Ich hab auch wieder geflogen. Ich hab auch wieder geflogen. Ich hab jetzt mal wieder geflogen. Oh, ich hab jetzt mal wieder geflogen. Ich hab auch wieder geflogen. Letzten Abbie. Letzten Abbie. Digga. Oha. Was ist das? Hast du Repetitions? Man fällt der Schapping. Irgendwie gerade gedacht schon irgendwas krass gezogen. Mal schnell repetieren. Es ist einfach null Zuschauer. jungs wo sich geile community ja 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 wir müssen auch party einladen machen wir trios arena da kommen die likes rein dann wird das was ich habe immer das gefühl wie er mir irgendwie eine bot runde erwischt ich habe einen lama gefunden ja ich habe einfach hier geguckt aber der guckt nur mit so einem schaden darüber hat ja so viel jetzt was gebraucht hat habe ihn hast du lama geöffnet hier wird aber noch rum geschossen vor uns irgendwo ich sehe keinen ja das siehst du oben an der leiste ach nein da sind die matrosen bots digga da kannst du mir mal ein bisschen holz muss mit halbwerten äh metal ja ja die muni rutscht einfach immer weiter runter digga ehre ich hab irgendwie das gerade gefühl dass meine eltern gerade zuschauen weil meine schwester auf einmal auf irgendeinem grund gelacht hat die aschka hat die auch nein jetzt haben wir die ganze matrosen am hals wir haben noch nur den zuschauer wie können die zuschauer keine ahnung ich hab den live-team ja nicht nebenbei offen ich seh das eigentlich nicht nur wir sind auf der fahrrad alles klar dann umso besser keiner hat kommentiert egal wir müssen doch erstmal klein durchstarten ist normal ja ja facecam ich auch wahrscheinlich wir werden sich nicht fiefer 21 gewährter facecam immer nein wir versuchen jetzt hier regelmäßig live streams zu bringen auch wenn es jetzt gerade keiner hört ja 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 nur in den sommer fielen weil dann irgendwann geht wieder schule los dann wird es ein bisschen problematisch ich hab schlöpfees ey was für schlöpfees ähm das sind auch packs hier ist äh wie hast du schon wir sind auch mit trimax verbunden wir kennen trimax auch ne ja 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 wir sind ja nicht gestorben besser bei unseren ja besser als bei unseren ersten videos ja erst mal mini-gilden glaub ich dazu alter verstehe ich nicht wieso ach vor uns kommt ein lootjob runter hier bist du voll alt? ja egal wollen wir lootjob hier vorne holen? ja scheiße sorry ja das kam der erste mal gefreedet wesentliche youtube fails alter diga wir sind die ersten wir sind auf platz eins mit diesem clip kippt das einer mal bitte ja klar diga wenn ich gleich wieder hier reingehe haben wir wieder was ach diga wollt ihr mich alle eigentlich komplett fahren ich will reputieren einfach für dich die hab ich aber schon da oben baut sie wirklich da ist noch perfekt ja wo hinten wo hinten die jetzt hier gelandet keine ahnung ah lol hab einen hat einen Hinten also die der eine war ja so lost ja noch bitte drauf ja shift break hat da einer Tüchtige Ah, der war heute direkt hier hoch Der hat wild Hab ihn Let's go Hat mir irgendein geileren Lose oder so Nein, nicht hier, die benutzen, Digga Boah, der macht von alleine auch so offenschaub Warte, schau mir kurz an Biggie rein Der ist hier links Er hat keinen Bock mehr gehabt Ja, aber lass ihn nicht spielen, das wäre jetzt so dumm Ich bin jetzt auch voll heute Wie viele Kills hast du? 4 Ich hab 6 Ach so Ich hab mich einfach killt Ich hab sehr killt Sorry Alles gut Mann Digga, warum baust du so, Alter Bau doch einfach wieder raus Du brauchst blau Schroi Ja Ja Darf ich nicht, ja, 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 ja Oh, da oben ist der blauer, ja Ach, ist der Gegner genau vor uns Boah, ja, hab ich nen Hit gegeben Unter uns irgendwo Ja, der ist oben Boah, der oben, Alter Pass auf, wir werden hier Der ist hier unter uns, Digga Ja, der ist oben Ja Boah, das ist gut, Mann Du Achtel, Alter Du bist ein Eifer, ja Jawoll Ja, komm, komm, komm Boah, wisch dich Ich bin ein Eifer, Digga Komm her Komm her Komm her Komm her Komm her Ja, hier nochmal 5 Splashys, Digga Zone und ne Pass auf Komm igen Hast du noch Splashys? Ja, ja Ja Halt auf Zone Ja, komm Ja, warte Ich bin kurz 5 Minis mit, Digga Nein, 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 nein Ja, das ist ja auch drum Ja, moin Digga, wie ich versuche, so ganz ruhig zu bleiben Digga Obwohl ich grad, Digga Digga, es sind die letzten da oben, die das beiden, ne Ja, was soll ich eigentlich eigentlich einlischen? Komm, lass hier hoch Unnütz, Digga Ja Ach, die sind eh weit weg Echt? Echt? Ja, da einlischen Mail, was passiert mal von mir Einer ist tot Wo denn? Hier links einer Ja Pass auf von oben, dann nicht erst wieder auf Ja, oder auch so Ja, ja, das sind die letzten Walden Lass mal mit dem Jumpert hoch Hä? Ah, da unten, da unten sind die Ah, da unten Ah, zwei Hits von mir kassiert Äh Äh Ja, das ist einer nur Oh, was ist der andere Weiß nicht Auto-Amp Pass auf Ja, natürlich gibt nichts rein Es sind zwei Solos Das kann nicht sein Ich würde es nicht wundern, Digga Wenn der eine unter uns chillt im Haus Ah, der hat die Shockwave-Granaten Ah, der hat die Shockwave-Granaten Also diese Schade Äh, der steht unten im Haus Der steht im Haus Der steht im Haus Er hat einen Hits von mir kassiert Ich hab noch einen Jumpert Wollen wir weiter in die Zone rein? Ich hab noch drei Jumpert Ja, dann platziere mich hier hinten Wir zur Seite Ja, der gibt mir erstmal Hits Pass auf, ey Einer ist am Behack hier Wir können ja nicht hin Der, ich hab ihn jetzt eigentlich so gepusht Und ich pusht den auch Boah, der droht jetzt kassiert Wir haben ihn Ja, warum pusht du den? Nur noch einer Ich hör ruhig an, Digga, ich pusht den Ja, ja, Digga Der ist hier vorne bei mir Komm zu mir Leg den mal ab, leg den mal ab Ich hab noch einen Hit kassiert, Digga Ich hab noch einen Hit kassiert, Digga Das ist irgendwie tot, Mann Komm zu mir, Digga, seht ihr nicht Ah, da ist er Ah, der haut mit Jump Hit ab Ja Let's go Let's go Let's go, wie viele Kills? Ich hab sechs Ahh, ich hab zehn, Digga, let's go keiner guckt zu ja 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 der mensch ja wo seid ihr digga let's go ah ja bei meinem livestream also noch ein holiger noch am muten ja let's go digga ja du musst auch aktualisieren ja wer das wohl sein mag schreib mal rein ich kann dir das kommentar rausgeschaltet hast du glaube ich ich kann nicht schreiben was das ist ja ich kann nicht ich kann nicht schreiben was das ist ja egal let's go egal weitere runde kommen jetzt wird noch ein weiterer sie geholt das war das war eigentlich ganz entspannte runde jungs zum einspielen sieben abonnenten hat einer wieder abonniert das war meine mom ich habe aber nur kaktiert aber wie schieb ich einen davor und geholt habe gerade immer für die zwei digga so 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 Keiner Kokonati Ja, wir kommen wieder Gegner mit. 2 Gegner, Digga. 5, save 6. Ja, hinter dir kommt noch einer an. Der meint auch. Ich bin noch perfekter Zeitpunkt aufgesprungen. Ah ja, easy nachkommen. Alter. Da. Äh, ich brauchst Hilfe? Äh, nein, noch nicht. Ich hab den Eingang im Blick. Ich sehe aber nichts. Guck mal, vielleicht kannst du ja so rum hier zu mir kommen. So außen rum hier. Der ist hier unten. Ah, ich sehe den, der ist unten. Der ist unten. Der ist da. Boah, hat zwei Weiß-Hits kassiert. Nicht so low sein. Wo ist denn? Oh mein Gott, Digga. Hä? Pass auf, da kommt jetzt noch einer zu dir. Glaube ich. Pass auf, Digga, da sind drei Leute bei dir oder so. Ich sehe. Ja, Digga, ich hab keinen Schuss mehr. Ich hab nix mehr, Digga. Keinen Schuss. Ich hab nur einen Schuss. Digga, die haben auch wieder Alok 200 Leben, also nicht mal. Digga, wahrscheinlich, Digga, ist hier keine Munitions-Ehre. Oh, Jungs. Shit. Shit, eure Stücke. Nein. Spitzhacke. Ich hab auf meinen Geschmitzhack. Get down. Ja, ich hab ihn get... Nein. Ich hab einfach einen gespitzhackt. Ey. Egal, weiter. Oh, einer guckt dir ja zu. Das bist du wahrscheinlich, oder? Nein. Nein? Nein. Ich gucke. Jetzt... Hä? Es sind jetzt wie viele? Heads up. Ay, ay, jetzt bin ich noch wieder. Heads up. Ay, ay, jetzt bin ich noch wieder. Ah, warte mal. Moin. Moin. Der weißt du, wie man, aber... Da würdest du dann Copyright-Musik machen, oder was? Ja. Ich find's gerade irgendwie sehr, sehr komisch, ohne Musik zu zocken. Ich kann Musik anmachen. Ne. Kannst Spotify nicht benutzen, während du Shareplay. Okay. Mach da einfach nur weiter Musik an. Ich kann Musik anmachen. Ja, aber mach nicht die Musik an. Warum? Ich muss ja No-Copyright Musik anmachen. Was ist ein No-Copyright, Alter? Das wird erst schon mal gesperrt. Ja, ich weiß. Boah, da mach ich Auge von oben hier, du gar. Guck mal, ob das zu laut ist. Okay, also Sir ist definitiv schon gesetzt. Na, geht. Geht, geht. Vielleicht sogar ein bisschen zu leise, wohin wollen wir? Hallo? An das Mütze. Mütze, ja. Guck sogar zu. Mhm. Das ist der blaue Haus. Komm, ein Gegner? Keine Ahnung. Erstmal Gamerbeiter anrufen, fragen ob der für uns auch so ein Setup-Einricht schütten und das alles kauft. Ja, hier ist ein Gegner bei mir. Hier bei mir ist ein Gegner, Luca. Hier bei mir sind einfach zwei Gegner. Eine ohne Waffe. Komm, was ist die für einen? Ja, kommt jetzt zu mir. Ja, warte. Ja, hier ist noch einer bei mir. Ja, warum hatt' der nicht gebaut, auf einmal. Ja, wo sind die denn? einer ist draußen ist noch einer aber bei dir noch einer hast du ja 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 der ist unten im haus drin ich brauche halt der beste man hier eine pumpgun der hast pumpgun gefunden schon oder schrot ja wie wird weiter auf mich geschlossen nicht dein ernst aber der wort noch von irgendwo anders beschossen ich schwör den mal kurz ja der ist neben mir glaube ich ja ja der ist neben mir und wieder gehe ich hier ohne kills aus frechheit ja dafür habe ich assist ja abgestaubene kills abgestaubene ich habe gegen die jagd gewährt ja ja wow wenn ich ihn gefühlt seit 30 jahren los schieße pressure als anzeige ist raus noch mehr gegner nein nein ich glaube nicht nein nein ich glaube nicht nein ich glaube eben der wurde noch von irgendwo gefasst ja das war der glaube ich ja wieviel eierschuss hast du ja ich habe nur 28 deswegen äh warte ich mach mich kurz vor ich sehe aber dann würde ich hier einfach weiter ach ne nicht auf das baue schrubst und wieder ja komm ja naja aber ehre dass wir steine liegen lassen aus der chest äh ich nehme splashies mit ja was wir riesen ja alles ach so wieder so ein ding war das also hab ich die munichests ey wenn jetzt die nur sniper ohne rauskommt ja guck ja 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 Null Zuschauer entläuft Ja herr, pass auf, irgendwann kommt der Moment, der kommt macht irgendwie durch so ein Format oder macht das Format gerade kleine Streamer-Spenden, da kommen wir haben jetzt mal 50 Euro Spende Auf was will er denn spenden? Ich hab ja gar kein Konto Ja, hab ich nicht Ja, hab ich nicht Ja, hab ich nicht Musst du machen, Junge Ja, ich fühle mich grad irgendwann zocken, du voll beobachtet, Alter Keiner guckt zu Ja, trotzdem, Alter Ah, Zone wird uns Ah Ja Ja, was ist das aber, gefühlt Einfach erstmal Livestream, einfach Wir können nur los der Gegner Ja Ich bin auch an zu streamen, Alter Mach ich auch erstmal Solo-Runden Alter, wenn ich guten Content habe Ja, ja, aber Arena, ne Wir müssen noch Vorbereitungen machen, ne Wir müssen noch Vorbereitungen machen, ne Wir müssen noch Denny zu mir holen und Kästen Krass 50 Kästen wir kaufen, dann geht das Pass auf, Zone, ne Alles fresh Boah Digga, hab ich heute gerade geschossen Dich? Ich schwör was die Digga, da ging grad ein Schuss an mir vorbei Ja Ich glaub, da hat einer probiert, einen Nauskop zu machen Der hat einer mit fast geltet Oh, war ich gerade lost Ach nee, das sind die Matrosen Ja, das sind Matrosen, das sind Matrosen Lass sie Komm zu mir Wir haben Gottes Elben Ich glaub hier immer noch mit einer Garten-Tag rum, Alter Ich glaub hier immer noch mit einer Garten-Tag rum, Alter Wie sieht's denn Matz-Technisch bei dir aus? Wie sieht's denn Matz-Technisch bei dir aus? Ähh Ähh Mein Matten So Für euch auch in der Fähne Jungs, ihr habt's euch gewünscht Jungs, ihr habt's ja euch gewünscht unserem letzten Video Jungs, ihr habt's ja euch gewünscht Dann hat nur ein bisschen länger gebraucht Was? Ja, hast du doch gefolgt, Digga, beim letzten Video Was? Was ihr später sehen wollt Achso Im Live-Team ist halt ein bisschen verspälzt gekommen Sagen wir's so Aber nur ein bisschen Jaja, nur gefehlte 4 Jahre Ne, 2 Jahre ist das ja jetzt, ne? Kann sein Ja Lass mal nicht campen, ey Ich will nen Kill haben, Alter Das will ich Nicht campen Ich will nen Kill Kill? Ja, ich hab keinen Kill Digga, was geht da mit dem Eier ab, Alter Digga Ich höre oder sehe auch nichts hier Ja Ja Oh mein Gott, wo kann er grauen, äh, grünen Zeck Oh, markier mal 195 Ja, der macht auch noch nicht Boah, der ist in 2 Ich komme hoch Wo? 195 Digga, ey, ach da Der von wo kam grad der Sniper shot Von da hinten, hinter Da hinten Digga, links und in dem Digga Rechts ist auch noch einer Versuch Das sind sogar 2 Ja, wie viele sind das? Digga, das sind voll viele Boah, beim 1.90 hat's hier vorne gegeben Boah Ja Ja Also auch von, äh, von rechts noch Mann, krass Auge da Habt er 86er Hit? Naja, ganz hinten der Oh, oh, einer da hinten ist Shootcrack Digga Digga, was war das? Fall jetzt mal runter, alter Von hinten, Digga, macht noch eine Auge Oh, oh, hab einen hier gestreckt Digga Oh mein Gott, Alter Ja, auch gleich Ich kann auch Auge machen Ich bin grad ab Ja, müsste sterben Pass auf, links von dir, ne Ja, lustig Boah, einer Boah, einer Einer, äh, zwei Teil rund, oh Da, hier ist einer bei mir Digga, woher kommt der auf einmal? Wo ist der? Bei mir Pass auf, der war zu hoch Jetzt hab ich mies Stress Nies Stress, zwei Gegner bei mir Mann, ey Der ist bei mir, alter Mann Boah, Digga Hilfe Ja, Hilfe, mir Digga Wo machen die in aller Auge, ey Hab ihn Alter Ah, die schießen runter in den Hals, Maul Ich bin runtergeflogen Ne, mach Von allen Seiten, alter Ey Och nein, alter Meiner wollte wieder hochgeholt Ach, war mir so klar, alter Ich hab viel zu hoch gebaut, alter Freak Freak Wasch Boah, keine Zuschauer Frech als sowas Wasch Zwei Zuschauer Wtf Ahja Ich bin's nicht Oder? Eyo, es geht Ein Zuschauer Ja, was bin ich Ja, was bin ich? Zwei Zuschauer Digga, wer ist denn das? Hallo? Zwei Zuschauer Schreib mal rein, wer der andere ist Der andere Zuschauer Junge, der kann mich auch hören Wer bist du? Der andere, der andere Zuschauer wird Gäste Was ist denn denn? Eyo Die 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 Das war's für heute. Ja. Hast du das? Der eine? Nein, ich hab mein Handy aus. Wie ist denn das? Ich bin in einem engen Gebäude. War leider bei dir einer? Was ist denn da? Digga. Was passiert denn da? Ach, da wird ein Haus abgefackelt. Warte, ich bin da wieder am Haus. Ja. Bei mir ist einer. Ne, der aber nicht. Wo ist der? Das ist für mich, Alter. Wollte ihn gar nicht voll. Nein, ich bin weg gelasert von irgendwo. Ja, ja. Klasse. Boah, Digga. Voll erschrocken, weil ich angehtet worden bin. Da noch, an diesem Doppelhaus. Was? Da. Boah, Digga. Der Eis bin tot, ja. Nein, warum? Werd gelasert. Ja, ich hab kein Netz mehr. Ich bin im Wasser hier versteckt. Komm, ich push ihn. Siehst du das? Wurde, wurde. Hier oben sind noch zwei. Auf dem Loch bei dir oder was? Ja. Oh mein Gott, Digga vor meiner Fassel. Der eine kommt von links. Der baut sich hoch hier. Fass ich. Ja, ich hab' dich. Tschüsch. Schreck doch mal. Maaann. Jetzt bin ich so im Sandwich, Jungs. Och, kein Netz, Ere. Na ja, warte, ich hol gleich eine Karte. und schützt unter der treppe der geht direkt zu meinem loot der eine ist direkt zu meinem loot ja noch lange ab digga warte mal ja g der da oder was digga ach schuld ich nicht hier auch digga ist mir zu viel los ich hab auch echt keine mats mehr ich hab noch zwei zuschauer scheint mir auch ein wer am start ist ich hab noch kann ich nein der jetzt war zu da hochgeholen jetzt war deine hochgeholt ja versuch dich auley auch zu digga Ja ja! Ja ja ja! Ja ja! Wow, perfekt angepackt! Ob sie sind noch Gegner? Ja! Ja! Ja, hier liegt ein MP! Boah! Digga, auf mich nur die Augen gemacht! Jagdgewehr! Von wo? Oh Digga! Oh Junge, von rechts! Zwei Gegner! Sie hat keinen netziger Mann! Kommt Jungs, geh mal FIFA!